Heyo! Das Jahr 2019 ist am Ende angekommen. Was heißt, dass wir einen kleinen Blick auf die Ziele werfen und was wir sonst dieses Jahr erreicht haben. Werfen wir mal einen Blick auf die Ziele dieses Jahres. Punkt 1. Ihr sollt Freude und Spaß an meinen Animationen haben. Ich denke, das können wir abhaken. Punkt 2. Ein Kommentar von Corona zu bekommen. Naja, die zweite. Oder wir schauen, was denn Luca reagiert. Er nicht, zumal ich den Luca-Concrafter-Animationszeugs komplett aufgegeben habe, da ich seine Videos zum Zeitpunkt des Ausstiegs meinerseits nicht mehr feiere, weswegen keine neue in der Richtung kommen werden. Aber vielleicht schaffen wir es, einen Kommentar von Sif zu bekommen, wer weiß. Punkt 3. 500 Abo-Typen und Abo-Damen. Ja, ihr habt euch zum Schluss noch mal richtig angeschränkt, aber leider haben wir es hier nicht erreicht. Fuck. Punkt 4. Jedes deutsche Video mit Untertitel versehen. Mit Klammern aus dem Jahr 2019. Ja, das war nicht noch mehr unnötige Arbeit. Nein, so behauptet nicht. Aber es hat sich auch keiner beschwert, nicht wahr? Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei euch bedanken. Die vielen Kommentare haben mich gefreut und ich hoffe, ihr freut euch auch weiterhin über meine Animationen, Speedpans, Vorschritte beim Bauen und den gelegentlichen Let's Plays. Nebenbei zu YouTube habe ich mich auch mit TikTok vertraut gemacht und heiliger Keksrümel. Ihr habt mich komplett schattig gemacht. Ein großes Heyo geht natürlich an die TikTok-Fans raus, die mich hierhin verfolgt haben. Ihr Unterrest, der gerade nicht anwesend sein kann, habt mich komplett überrumpelt. Also so richtig. Ohne Witz. Ich habe mich bei meinen Freunden ausgeheult. So von jetzt auf gleich. Batsch. Voll egal ins Gesicht. Das war mir wirklich unheimlich, ohne Witz. Im Gegensatz zu YouTube habt ihr mich ja wirklich komplett überrannt. Schaut es euch doch mal an. Das war ich so gar nicht gewöhnt. Was ist denn da los? Das hat mich im ersten Moment komplett überfordert. What the fuck? Ich meine, ihr habt YouTube um einiges geschlagen. Und ich bin euch dafür unglaublich dankbar. Gerade an die netten Leute, die mir immer wieder schreiben. Was mich da teilweise leider stört, ist, dass TikTok verdammt unübersichtlich ist. Da hat es YouTube in den Kommentaren deutlich besser gelöst. Trotzdem liebe ich diese TikTok-Armee. Ihr seid einfach großartig. So, von der Analyse und der Überforderung jetzt zu den Zielen und was ich sonst noch so vorhabe, was auch Cosplays betrifft. Da ich mit YouTube angefangen habe, nenne ich meine Ziele auf dieser Plattform zuerst. Erstens, weitere Leute mit meinen Videos Freude bereiten. Zweitens, alle deutschen Videos einen Untertitel zu verpassen. Also auch des nächsten Jahres, sprich 2020. Punkt 3, wir versuchen uns an den 600 Abo-Typen... Ja, mal gucken. Viertens, wir versuchen Sef, ein Kommentar zu entlocken. Auch welche weiß auch immer, ist mir egal. Fünftens, jeden Monat eine Wunschtransformation herauszubringen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos und könnt euch auch gerne etwas wünschen. Ich nehme keine Wünsche an, die unter einem anderen Video stehen, da ich meistens zu blöd bin, um das wiederzufinden. Was an der Stelle nicht besonders gut wäre. Wollen die Zielen zu den geplanten Projekten? Zum einen habe ich vor, Mangle Arts Handpuppe zu bauen, die auf TikTok zum Einsatz kommen wird. Ebenso ist ein Golden Bonnie oder Glitchtrap-Kopf geplant. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Aufgrund meines aktuellen Platzmangels wird aber kein vollständiger Stude kommen, wo ich ihn gerne bauen würde, wollte. Hier und da werden kleine Sachen wie zum Beispiel eine Lederfliege gebaut, die Maske Darrieren aus Dead Bad Daylight oder auch eine Golden Bonnie Handpuppe. Geplant ist, Mitte des Jahres 2020 dann ein kleines Update zu machen, war es dann so an Kleinigkeiten dazugekommen. Das war es dann auch schon gewesen. Danke an alle, die so weit überhaupt geschaut haben. Wenn wir schon beim Danken sind, möchte ich mich auch herzlich bei meinen Freunden bedanken, die mich voll und ganz unterstützen. Wolki, Swiss Gamer, Nina Selino doch, Mr. X. Danke, dass ihr so zu mir haltet und mir viel Spaß bereitet. Apropos unterstützen. Auch möchte ich mich bei den fleißigen Schreiberlingen bedanken, die mich hier auf YouTube oder auch auf TikTok unterstützen. Zum einen hätten wir da Maurice Speed Edit und dem immer mal wieder auftauchenden Swinkno, Swinkno, es tut mir leid, falls ich die falsch ausspreche, gefolgt von Mr. X-Dollar. Auf TikTok hätten wir da Cookie Cream hinzugekommen als Pizza Salami, ich weiß das noch. Purple Girl, die mich hier auch auf YouTube gefunden hat. Oh je. Ich weiß nicht, worauf du dich da eingelassen hast. Und Cetik Fox, der immer sehr interessante Gespräche unter meinen Videos geführt hat. Thank you. Euch all. Auch wenn ich jetzt euch nicht gerne ansagen sollte. Danke, dass ihr da seid. White. Ende. Bis out. Tschüss. Tschüss.